Hier mal ein kurzer Blick in die Halle, die Vorhalle des Nationalmuseums. Interessant wird es richtig, wenn man sich hier die Decke anschaut, von einem Maler des 16. Jahrhunderts bemalt. Ich sitze noch weiter zur linken Seite oder auch weiter in die Rechte. Draußen ist die beliebte Fußgängerzone von Valletta, wie man ihn schwer erkennen kann.